Grüß dich! Ich würde dir gerne aus meiner virtuellen Galerie ein neues Büttel von der Gedichte vorstellen. Das ist mir eingefallen, wie ich mein kleines Encher am Abend gehalten habe. Wie ich gesehen habe, wie sich der Klimawandel entwickelt, dass wir gar nichts zusammenbringen, was in dem Zusammenhang auf der Welt passiert. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Opa, warum tun sie bei Neuchenhof die Liftstützen weg? Die brauchen so ein Recycling-Eisen für einen anderen Zweck. Da machen sie Baustellgäder draus, das ist jetzt auch, obwohl das mit den ganzen Panzern und die Waffen viel gescheiter war. Opa, warum sind denn auf die Olmen keine Kühe? Das geht jetzt nicht mehr, weil die Olmen sind viel zu tief. Das gleiche Problem, kein Schnee, zu wenig Regen, man kann keine Skifahrer und keine Kühe mehr sehen. Opa, warum machen sie bei einem alten Parkplatz einen Hauch und Zaun, wo bei der alten Talstation die armen Kinder und die Familien rausschauen? Da, wo die herkommen, ist das Meer so hoch geworden, die haben ja heim und ihre Häuser die ganze Existenz verloren. Opa, warum ist das Meer auf einmal eine braune Suppe? Voll Algen, die wenigen Fische, haben Abzess statt Schuppen. Wir haben jetzt einen Müll zu den Armen heute der Olch exportiert, Plastik, Sondermull, das hat sich der Katastrophe geführt. Opa, was soll denn mit den ganzen armen Leuten passieren? Die können auch daheim und nichts zu essen haben. Wohin soll denn das führen? Obwohl sie die Polizei und das Militär schon zusammenheben, ich hoffe es hat heute inständig, es wirst eine gescheite Lösung geben. Opa, du hast so lange die kennen, alle waren ausreichend gefunden. Mit dir ist es so nett gewesen, du weißt nicht, was wir da machen konnten. In der Schule haben wir gelernt, dass wir das alles schon lange wissen, aber keiner hat sich um den Klimawandel etwas geschissen. Opa, dein Spruch, jeder Depp auf der Welt soll einen Baum setzen müssen, dann müssen sie die kommenden Generationen mit bitter Bissen, Friday for Future, viele andere Initiativen, was ist denn daraus geworden? Es ist so ein Zinner. Nichts hat er gebracht, haben sich alles im Sand verlangen. Opa, warum haben die Politiker keine Lösungen gefunden? Verhindert, dass die Ruucher noch reicher werden konnten? In seinen schönen Planeten zu ausbalten, auf ihn die Junge keine Rücksicht nehmen. Ich kann nicht verstehen, wie das gegangen ist. Wer kann es so weit kommen? Opa, warum schaust du denn so traurig? Fangst du an zu rädern? Komm in meine Augen, es wärst wohl weitergehen müssen, irgendwie werden. Meine, es tut mir leid, ich hab mein ganzes Leben alles dafür tun. Ist nichts gelungen. Bitsche, nimm meine Entschuldigung an. Ich glaub, das sagt alles fertig.